WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 In der Gruppe A am zweiten Spieltag Die Schweizer, die ja bei der FIFA Prognose die Euro gewonnen hat, haben gegen Rumänien nur 1 zu 1 gespielt Und Frankreich steht sicher im Achtelfinale, der Gastgeber gewann gegen Albanien mit 3 zu 1 In der Gruppe B Russland hätte die Chance gehabt, ins Achtelfinale reinzurutschen oder sicher reinzurutschen Müssten sie jetzt aber am letzten Spieltag machen, denn sie haben nur 2 zu 2 gegen die Slowakei gespielt Und die Engländer leben nach dem Fehlstart gegen Russland, gewannen sie gegen Wels mit 2 zu 1 Die deutsche Gruppe, Gruppe C, Nordirland auf Platz 1 mit 4 Punkten Deutschland auf Platz 2 mit 4 Punkten Polen, äh nicht Polen, Entschuldigung, Ukraine auf Platz 3 mit 2 Punkten Und Polen, Tabellenletzter mit 0 Punkten Denn Ukraine spielt gegen Nordirland 2 zu 2 Und die Deutschen, muss ich wieder dazu sagen, gewinnen mit Ach und Krach 3 zu 2 gegen Polen Dann die Gruppe D Und es ist eine Entscheidung gefallen, denn die Tschechen stehen im Achtelfinale Sie haben die Kroaten souverän sogar mit 4 zu 1 geschlagen Und ja, die Spanier konnten noch einmal den Kopf aus der Schlinge ziehen Spanien ist noch nicht raus Im Gegenteil, hat eine gute Chance, doch noch ins Achtelfinale reinzurutschen Denn sie haben die Türken mit 2 zu 1 geschlagen Ja und hier bei der Partie Italien-Schweden Schweden ist unter Zugzwang ins erste Spiel 2 zu 1 verloren gegen Irland Belgien-Italien endete 0 zu 0 Und kein Abseits und Tor Die Führung für Abseits Abseits Also ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Partie In der Gruppe E Italien gegen Schweden 183 114 0 Lieder! 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 Da hat er die Schusshofer. Der Schuss geht ihm ein Weg und vor. Da hab ich mich ja fast schon weggedreht, weil ich gedacht, dass der Ball liegt schon im Weg. Und irgendwie hat er ihn dann doch noch verdoppelt. Mal! Das könnte mir hier! Wer merkt? Er spielt den Ball weit vor. Schiebt zurück darüber. Das macht er doch! Die Schusshofer! Das ist für Dich. Ich bin ein Wunderschöfer, der Dich war, als wir die Dich. Die Dich. Der Dich. Der Dich. Der Dich. Vielen Dank. 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 Gute Schussposition. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gut. Das Spiel endet also mit Revier. Vielen Dank. ... 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